Oh Leute, wer ist er denn hier? Wir spielen heute Roblox, versuchen nicht eliminiert zu werden, wo wir mit anderen Spielern an so einer Multiplayer-Show teilnehmen, an irgendeiner Game-Show und uns werden irgendwelche Aufgaben gestellt, die extrem gefährlich sind. Wenn euch sowas gefällt, lasst natürlich einen Daumen nach oben und ein Abo da und wir gehen mal rein, Freunde. Oh, los geht's auch schon. Wir wurden in Teams eingeteilt. Es gibt ein rotes... Oh! Okay. Zwei Teams, rot und blau? Alter, wie sieht der aus? Ist das... Okay. Alles klar. Ähm. Wir sollen uns mit unserem Team bekannt machen. Hallo, ich bin... Was sollen wir... Ich dachte, wir haben noch kurz Zeit. Wir sollen Kugeln einsammeln. Es gibt ne... Es gibt irgendeinen Hindernisparcours jetzt hier. Und wir sollen irgendwelche Sachen einsammeln. Irgendwelche Kugeln. Oh mein Gott, ich bin... Oh, ich hab ne Kugel. Okay, nice, nice, nice. Okay, warte, kann ich? Ah ja, ich kann so dashen. Guck mal, da sind rote Kugeln. Die sammle ich ein. Zack. Yes. Das hat plus drei gebracht. Die Kugeln sind unterschiedlich viel wert. Oh, das rote Team ist hier. Wie sieht's aus? Wir sind... Wir hängen da her, Freunde. Ihr seht oben in der Mitte, seht ihr den Highscore? Die einen haben 38. Die anderen haben... Oh, Leute. Wow. Okay, hier. Punkte. Alter! Das blaue Team hat irgendwie schon über 70 Punkte. Wie das denn? Okay, hier haben wir nochmal was eingesammelt. Oh, wir holen ein bisschen auf. Ein grüner, ein grüner. Einen grünen hatte ich noch nicht. Boah, der hat plus fünf gebracht. Let's go. Nein! Oh, das blaue Team hat gewonnen. Nein. Unser rotes Team hat verloren. Ey, wir haben uns so beeilt. Okay. Rotes Team steht heute Abend vor der Eliminierung. Oh no. Abstimmung überspringen. Müssen wir jetzt abstimmen, wen wir aus unserem Team rausvoten? Müssen wir jetzt abstimmen, wer rausfliegt? Oh nein. Oh nein, Leute. Oh nein. Wir haben verloren. Und jetzt verlieren wir jemanden. Okay, für wen voten wir? Für wen voten wir? Ich vote für... Für den Noob. Für den Noob. Ach so. Nee. Was? Ich bin safe? Oh, ich bin auch safe. Oh, ich bin safe. Wer ist nicht safe? Oh oh. Von den beiden fliegt jemand raus? Und du bist der letzte one safe tonight. King ist safe. Und jetzt? Oh. Oh. Wird sie einfach... Wird sie einfach... Wird sie einfach... Sie wird einfach in das Loch geschmissen. Was? Oh. Wir dürfen auf keinen Fall nochmal verlieren. Wir dürfen auf keinen Fall nochmal... Oh nein. Oh nein. Ist das so eine Brücke, wo immer nur eine Seite sicher ist? Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Welche Seite ist sicher? Haha, niemand springt, niemand springt. Okay. Und jetzt rechts. Nein! Du bist immer noch im Spiel? Mach dich bereit zum Respawn, sobald das Minispiel vorbei ist. Oh nein, oh nein, oh nein. Das blaue Team hat zwei Münzen. Wir müssen entweder bis zum Ende kommen oder mehr Münzen bekommen. Oh, wir können... Rot kann ich schon wieder verlieren. Es sind nur noch drei Leute drin, ne? Ne, vier Leute noch. Wie viele von unserem Team denn noch? Ich glaube, es sind noch zwei Rote drin, oder? Kann das sein? Ich bin mir aber nicht... Ne. Nein, es ist kein Roter mehr drin. Blau hat schon wieder gewonnen. Oh nein. Blau hat schon wieder gewonnen, Freunde. Oh. Rot muss wieder... Oh. Und ich bin als erster ausgeschieden bei Rot. Bestimmt voten die mich raus, oder? Oh nein, Freunde. Die werden mich bestimmt rausvoten, oder? Okay, wir müssen schauen, wir müssen schauen, was jetzt passieren wird. Für wen vote ich? Wen schmeißen wir raus? Ich weiß es nicht. Ich vote wieder für... King? Bro, spiel dich mal nicht so auf, bitte. Okay, ich vote für King. Ich vote für King. Oh nein. Mal sehen, was hier jetzt passiert. Hoffentlich werden wir nicht rausgeschmissen. Oh, er ist sicher? Oh, ich bin auch safe, yes. Oh, einer von den beiden. Wer ist sicher? Er schreibt schon, King, bye. Uff. King... King wird eliminiert. Ich habe auch für ihn gevotet. Oh no. Hey, wir können nicht nochmal verlieren. Nein, das gibt es doch gar nicht. Wie kann es sein, dass wir alles verlieren? Das blaue Team macht uns komplett fertig. Oh. Oh. Keine Teams mehr. Alle gegen alle jetzt. Okay. Alle gegen alle, Leute. Jetzt können wir selbst. Jetzt wird niemand mehr gevotet. Wir sollen nicht auf das treten, was rot ist. Okay. Wie sieht man das denn? Wie? Oh. Okay. Wir dürfen nicht auf die roten Ecken treten. Alles klar. Alles klar. Okay. Das ist ja eigentlich... Oh, einer ist schon raus. Okay. Wir haben unseren Dash nicht vergessen. Nein. Oh. Oh no, Leute. Ich wollte da rüber dashen. Ich dachte, ich schaffe das. Oh, wie. Das war ein Fehler von mir, Leute. Großer Fehler. Oh, Alter. Die beiden sind übel. Okay. Die waren gut. Die waren stark. Habt ihr das gesehen? Puh. Okay. Er ist jetzt immun und die anderen werden trotzdem rausgevotet, oder was? Ja. Er hat Immunität. Das heißt, er kann nicht rausfliegen. Oh, oh. Oh, es wird trotzdem abgestimmt. Oh, nein. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wer gevotet wird. Ähm. Für wen stimmen wir? Wen schmeißen wir raus? Hm. Schauen wir mal. Irgendwen. Da heißt jemand Doris. Der bleibt drin. Roblox Doris ist nämlich cool. Äh. Ich wähle den Bacon-Noob raus. Hier. Den Bacon-Noob. Ich wähle den Bacon-Noob. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Okay, drei, zwei, eins, null. Okay, wer ist safe? Okay, Doris ist safe. Der ist safe. Oh, nein. Er ist safe, für den ich gevotet habe. Oh, ich bin auch safe. Puh. Okay, ich bin auch safe. Glück gehabt. Aber ich darf nicht mehr als verlieren, sonst fliege ich wieder raus. Okay, schauen wir mal. Wer ist safe? Wer ist safe? Oh. Oh. Er ist raus. Oh, er sagt auch. Oh, Mann. Whoops. Puh. Und rein ins Loch. Ei, ei, ei. Den hat es erwischt, Leute. Oh, Mann. Okay, Freunde. Jetzt ein Obby. Jetzt ein Obby. Einfach nur ein normales Obby. Okay. Let's go, let's go, let's go, let's go. Einfach nur ein Obby. Ja, 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 ja. Ja, Obbys kann ich. Obbys kann ich, Leute. Nicht in die Lava springen. Nicht in die Lava springen. Okay. Nice. Let's go. Ab hier hoch. Plopp. 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 Nein. Oh, ich kann aber von vorne anfangen. Okay, okay, okay. Tschüss. Okay. Alter, ich war so nah davor, es zu schaffen. Ist irgendwer noch da oben? Ja. Oh, irgendwer hat es schon. Nein. Nein. Oh. Ja, ist eh egal. Ist eh game over. Oder zählt das jetzt noch nicht? Müssen wir alle ins Ziel? Wir haben einen Timer. Leute, ich war so gut am Start, ne? Ich war der Erste. Oh. Oh no. Okay, wen voten wir jetzt? Wen? Ich glaube, ich vote ihn. Ich vote ihn hier. Sein Skin ist voll komisch. Ich kriege Albträume, wenn ich den sehe. Da vote ich für. Der kommt raus. Mal sehen, wen es ansonsten noch erwischt. Oder wen es nicht erwischt. Oder wen es erwischen könnte. Oder für wen die anderen voten. Leute, wir waren so gut im Obby. Dann habe ich doch verloren. Mist. Okay, Freunde. Wir voten für ihn und seinen mega komischen Skin. Schaut mal, wie er aussieht. Mega merkwürdig. Da vote ich für. Hoffentlich schmeißen die Leute mich nicht raus. Wer ist safe? Doris ist wieder safe. TXW ist safe. Oh. Ich bin auch safe. Oh, haben die anderen auch für ihn gewotet, weil er so komisch aussieht? Oder weil er so gut war in der einen Runde. Oh, ja. Die haben ihn rausgevotet. Oh. Oh, no. Obwohl er das erste Game eben gewonnen hat, wurde er rausgevotet. Ei, ei, ei. Leute, wir sind immer noch dabei. Wir sind immer noch dabei. Puh. Oh. Warte, wieder ein... Wieder ein Hindernis-Parcours, aber... Oh. Okay, wie funktioniert der? Alter, die... Die Bretter verschwinden! Oh, mein Gott. Ich bin... Ey, das gibt's nicht. Ich bin runtergefallen. Ich bin einfach runtergedasht. Leute, ich... Oh, nein. Das ist eine ganz üble Nummer, was hier passiert gerade. Alter, warum... Hä? Warte mal, werden die nur unsichtbar, oder? Nein, die sind auch weg. Oh, Leute. Das gibt's doch gar nicht. Das... Das ist ja mal ein richtig... Ah, nee, das war knapp. Nein, nein. Ich hab's nicht mehr übers erste Hindernis geschafft. Die schmeißen mich auf jeden Fall raus. Oder sie lassen mich drin, weil ich schlecht bin. Und die denken, sie können mich easy besiegen. Oh, wir sind nur noch zu viert. Oder? Wo sind die anderen? Ja, wir sind nur noch vier Leute. Dann ist jemand gelieft, oder? Oh, oh. Oh, oh. Mal sehen, wer jetzt rausfliegt, Freunde. Ich, äh... Ich mach mir Sorgen. Für wen vote ich jetzt? Ich glaube, es wird mich erwischen, oder? Oder? Ich schreib, oh, no. Ich schreib, oh, no. Und vote für ihn. Oh, die wollen mich rausvoten. Seht ihr das? Die wollen mich rausschmeißen. Die wollen... Die... Bin aber safe. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich bin safe. Er schreibt, GG, bye. Na, dann schauen wir mal. Er ist safe. Oh. Was? Lol. Lol. Erstmal, er kam, er raus. Oder er war safe. Oh. Erstmal, er ist safe. Und dann doch, er. Der hat uns einfach reingelegt. Leute, jetzt sind wir nur noch... Wir sind nur noch drei Leute. Okay. Heiße Kartoffel? Ich darf die Kartoffel nicht haben. Starte ich mit der Kartoffel? Oh, nein. Ich starte mit der Kartoffel. Nein, dann geben wir sie ihm mal. Und hauen ab, hauen ab, hauen ab, hauen ab. Okay. Wenn der Timer abläuft... Darf ich? Oh, let's go. Da hat jemand einen erwischt. So, er hat da die Kartoffel. Schüsch, schüsch, schüsch. So, wo ist er? Wo ist er? Hinter mir, ne? Ja, das schafft er nicht. Das schafft er. Yes, ich hab gewonnen. Oder? Hab gewonnen. Ich hab gewonnen, Freunde. Ich gewinne dann, wenn's zählt. Yes. Dann, wenn's zählt, gewinne ich. Huh. Okay. Wow. Oh, ich bin safe. Let's go. Das heißt, ich bin auf jeden Fall im Finale. Das wird anstrengend. Aber mal sehen, wenn wir jetzt rausvoten. Darf ich jetzt eigentlich mitvoten, obwohl ich gewonnen habe? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Ob ich jetzt auch entscheiden darf, wer hier rausfliegt. Darf ich? Ich vote für... Ihn. Weil ich glaub, er ist schlechter. Ich glaub... Wie heißt der? Yusifka? Ich glaub, der ist schlechter. Ich glaub, gegen den kann ich gewinnen im Finale. Oh no. Oh no. Na, wen erwischt es? Wer ist safe? Uh, oder? Oh no. Er trollt schon wieder. Nee, er ist safe. Uff. Uff. Was hat er geschrieben? Hat er geschrieben? Noob? Er ist richtig sauer, dass er rausgeschmissen wurde. Oh je. Und jetzt? Oh, was ist jetzt los? Oh. Okay. Wir wollen... Wir wollen was... Wir dürfen noch was essen. Okay. Dann setzen wir uns doch mal hier hin. Und essen noch schön was. Wir haben ein Essen für uns. Warte, ich esse lieber nichts. Ich esse nichts. Ich glaub, das ist das letzte Game. Ich esse nichts. Ich esse nichts. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist da Gift drin. Vielleicht ist das der Trick. Das ist in Wahrheit das letzte Game. Guck mal, wie böse die hier gucken. Die Butler. Safe weiter Gift im Essen. Oder so. Oder? We're down to the last two finalists. It's time for the jury to decide who we will eliminate last. Was? Chillbert hat alles ausgetauscht? Wer ist Chillbert? Also die Spieler, die jetzt noch übrig sind, entscheiden, wer gewinnt. Was? Wir haben einen Winner. Wir haben einen Winner. Okay. Wer ist der Gewinner? Wer ist der Gewinner? Ja. Oh, warte. Stimmt es? Stimmt es? Oh. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen, Freunde. Beim ersten Versuch. Und der... Was ist mit seiner Nase los? Oh. Freunde, ich hab direkt die Gameshow gewonnen. Beim ersten Versuch. Let's go. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Dann gewinnt ihr auch beim nächsten Mal.